Quatsch, du erzählst doch keinen Quatsch. Bordi, hi, servus. Na du? So, warte mal. Kann ich denn so eine Teepfütze machen? Dahin. Die Frage, funktioniert das? Weil ich glaube, ich muss jetzt diese Pfütze gleich anzünden. Hm, die Frage ist, kann ich die anzünden? Ich werde es gleich rausfinden. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich wieder. Amicia, das Risiko können wir aber nicht eingehen. Natürlich kann ich das nicht... Jetzt sterbe ich. Scheiße. Muss ich... Muss ich... Warte mal, kann ich dieses Pyrite jetzt herstellen? Dengeln sei dem Element, der Rätseldengel. Du konntest es fallen lassen. Die Frage ist, wenn ich es fallen lasse, ist, äh, ob es dann auch... Das ganze... Ne, Pyrite kann ich noch keins bauen. Hm. Ich habe jetzt hier wieder so einen Punkt, wo ich mich frage, was ich falsch mache. Wie lange brennt denn der Teer? Ah, ich hätte den Teer zuerst anzünden sollen. Ich vollpfosten. Mensch. Macht es doch mal. Äh. Body, wie geht's dir? Was macht der Männerschnupfen? Ich hoffe doch, es geht hier einigermaßen besser. Los, 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 los. Hin vor, die träge geschüfts. So. Rauf da, rein da, drei Tage Krach. Da, hier, Fangstöckchen. Ja, komm rüber und schrei. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Sehr gut. Ja, du bist ziemlich schnell. Danke. Es geht nichts über. Gute Motivation. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünde ihn an und dann los. Ah. Und Tico, was gab's zu essen? Jetzt. Komm schon, na los. Kiste, 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 Kiste. Kiste, 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 Kiste. Looten, 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 looten. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Laufen, 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 laufen. Klettern, 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 klettern. Jagd mich da richtig gar nicht laufen. Ich bin voll mit Schock. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. So, Topf. Topf und Teer. Ich versuche es. Kriege ich denn da den... Ne, wir zünden uns halt mal an und gucken, wie lange das brennt. Entweder es funktioniert, oder es funktioniert nicht. So. Noch brennt's. Und es brennt, und es brennt, und es brennt, und es brennt, und es wird aufzubrennen. Fick dich, Spiel! Hallo! Äh. Kommst du mal rauf? Hä? Aber Stuppe Fazio bringt da doch gar nix drauf. Geht das vielleicht so? Ich hab keinen Topf mehr. Ach, Schande. Schande. Äh. Äh. Yay. Richtig tief. Ist deine Frau denn die Einzige, die was macht? Hm. Oh Mann. Was mache ich denn jetzt hier? Okay. Ich sollte aufhören, diese Belohnungen anzubieten. Muss ich da rüber? Juhu, da komme ich ja genau richtig. Muss ich da nach links? Ich muss da nach links, ne? Oh Mann. Ich bin nur falsch abgebogen, ich fährt. Einfach nur wow. Suri! Mein Lederbärchen. Äh, hallo? Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt von hier aus rüber... Hä? Äh, was? Ah stopp, warte, fallen lassen. Komme ich da durch? Dengel-Stuck, Dengel-Tanz-Dengel-Lösung. Okay, Kette, komm ich hier durch? Nee. Mach einen Weg für das Boot frei. Erstmal looten. Was, wer ist mit wem verbunden? Ah, Kette. Ah, Kette. Sag mir das mal einer. Mach mal. Body! Tico! Body! Tico! Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Äh. Wir finden eine Lösung. Äh. Was? Wat, 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 wat? Da blockiert was. Da blockiert doch gar nichts. Boah, die gibt's los. Hast die Finger von meinem Command, sonst klatscht's. Oh, Mann. Äh, Moment mal. Damit kann er interagieren. Ach, jetzt komm ich da unten durch. Äh. Jetzt zieh halt. Oh, hier ist es zu steil. Er rollt weg. Äh. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Klar doch. Und? Ist da ein Durchgang? Da ist ein Loch. Ich geh rein. Vorsichtig. Oh, Gott. Oh, Ibe. Oh, Ibe. Äh. Äh. Nein. Ist schon gut, keine Sorge. Alter, mit Ekel geizt dieses Spiel nicht, ne? Och, jetzt sagt er, da hängt eine Leiche im... Oh. Nein. Bitte nicht. Nur, tut mir leid. Ich muss... Bitte verzeih. Es muss leider sein. Äh. Der zerreißt jetzt, oder ne? Zerreißen hat. Wäääh. So, versuch's jetzt mal. Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Ja, bitte. Komm zurück. Kann ich da drauf? War bestimmt schrecklich. Ja. Huch. Mäh. Au, ja. Tasse. Tasse für Orki. Ja, ja. Ich arbeite dran. So, lass mich mal bitte rüber. Ähm, ähm, ähm. Bescheid. Scheiße. In meinem Wasser liegt ne Leiche. Ich bin es nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Nein, es ist nicht deine Schuld. Marseille wird dir gut tun, Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß, Magister Vaudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Insel, Mutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. Jetzt. Seine Insel, Mutter. So, die Kette muss ich jetzt zerteppern. Auf welche Weise auch immer. Die Kette muss weg. Die Kette muss weg. Die Kette muss weg. Hier muss doch etwas sein. Ähm. Kann ich da nicht irgendwie draufballern? Oder muss ich da irgendwo hochklettern? Da geht's nicht. Da geht's auch nicht. Oh, ich wäre blöde. Die Kette geht da rauf. Die Kette geht da rüber. Nein. Gib mir mal ne Schleuder. Irgendwo draufschießen. Da drüben glitzert's. Was glitzert's? Hä? Wo kommt die Kiste her? Gänsefleisch? Genau. Komme ich da unten rein? Moment. Scheiße. Überall ist Blut und ich hab es nicht getan. Wie werde ich sie los? Hat da jemand einen Plan? Gänsefleisch mal ins Telefon kommen. Gänsefleisch mal ins Telefon kommen. Oh, ne Uschi mit ostdeutschem Dialekt. Wär episch. Kann ich hier nix ziehen? Da drüben ist ne Leiter. Was übersehe ich? Kann ich das aufschießen? Ne, kann ich. Hm. Ja, einfach der Kette nach, Amicia. Du findest schon was. Dann finde endlich was! Himmelherrgott sagt Sement. Kann ich da nicht drüber hüpfen? Hallo? Ühüb? Ist aber lustig, Sie so quatschend zu hören. Natürlich kann ich nicht mich da drüber schwingen. Grazil wie eine Elfe. Eine französische Elfe. Der Dengel kriegt heute auch nix auf die Kette. Ah, 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 ah. Hallo? Da ist ne Kiste. Ich will die looten. Wie komm ich da hin? Kannst du mir das mal verraten? Das geht nix. Magische Seile. Auf meinem Sofa liegt ein Toter. Ich bin es nicht gewesen und es ist auch nicht mein Boadi. Looten dürfen durch die Guten. Hallo? Ich bin gut? Ah! Klappen. Don't go. Obacht! War ich das etwa? Und jetzt? Das magische Seil ist kaputt. Ja, ja. So, warte mal. Hier hinten ist ne Leite. Da komm ich durch. Sehr beklemmende Mucke. Ist das ne Werkbank? Ich hab kein Messer! Ich habe kein Messer! Nein! Ich will das aber öffnen! Morgen kommt der Nikolaus. Habt ihr auch eure Stiefel geputzt? Oder ist Tellerchen rausgestellt? Messer! Messer! Wir brauchen Messer! Komm ich denn da rüber? Kann ich da durch? Ja! Komm bitte lass da drüben ein Messer drin sein. Bitte, bitte! 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 Was haben wir denn hier? Stücke, Stücke. Werkzeug. Kein Messer. Puh! Sheet! Haben die Kinder noch machen müssen vor dem Schlafen gehen? Nick-Org-Klaus? Bei mir kommt mein Namensvetter nicht. Der Nick-Org-Klaus. Lass uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Nikolausabend, da bald ist Nikolausabend da. Da ist ein Messer! Ich hab ein Messer! Ich hab ein Messer! Nikolaus! Warte, Niklas! Loot, 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 alle wollen Loot! Oder ist es jetzt nur die Werkbank, die ich aufgemacht hab? Aber da sind Teile! Kann ich jetzt? Uh, uh, das könnte funktionieren! Ding, ding, ding! Der Teller auf Niklas legt gewiss was rauf. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Nikolausabend, da bald ist Nikolausabend da. Sehr. Er hat ein Messer. Er hat die Leiche getötet. Hahaha, ich brauch kein Werkzeug mehr. Ich kann jetzt alles aufwerten, wenn ich die Teile dafür hab. Wup, wup. So, was kommt als nächstes? Ähm, extra Topf tragen. Mehr alchemistische Zutaten und dann... Mehr Messer und mehr Pyrite. Ich glaube tatsächlich, ich geh auf... Ich glaube, ich geh tatsächlich auf Ausrüstung zuerst. Weil Alchemie ist mehr Munition. Gegner mit einem Topf voll Ignifer töten. Okay, das wäre natürlich auch lustig. Und... Odoris bei... Wow! Okay. Lustig. Und ich singe immer Nikolaus. Sehr gut. So, warum? Was hat denn jetzt der... Moment. Ja. Also, keine Ahnung. Irgendwas macht das Spiel komisch. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, tralalalala. Jetzt war Niklas Abend da. Jetzt war Niklas Abend da. Ich hab jetzt wieder Pyrite. Dit is nice. Also dit is... Nice. Wisst ihr Bescheid? Oh, ich muss Pipi... Vielleicht muss ich kurz mal eine kleine Pipi-Pause machen gleich. Himmel, das nächste Schlamassel. Wie komm ich da rüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt. Und du weißt... Niklas ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Niklas Abend. Der Wald ist Niklas Abend da. Schieben wir erstmal den Wagen da hin. Etwas, was wir alle lieben. Kleiner als drei. 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 Sackgasse? Rielli? Sackgasse? Jubel! Schmeiß Totenlöffel. Applaus Ist das ne... Das ist ne Sackgasse, die bringt mir gar nix. Wow. Ey, was geht ab? Wir blödeln die ganze Nacht. Die ganze... Ey, was geht ab? Der Dengel, der dreht bald ab. Er dreht bald ab. Und Tico ist echt ne gute Sängerin. Muss man den schon lassen. Wieso ist er schon müde? Hä? Watt, wer? Ich weiß nicht, wen du meinst. Dann gehen wir halt mal da rauf und schauen, was da ist. Hallo. Möchten Sie mit mir über den heiligen Stuhl sprechen? Ich habe es geschafft. Sehr beklemmende Musik. Oh-oh. Was macht er denn? Was bringt mir das jetzt bitte? Tok. Ich verstehe. Jetzt kann ich den Wagen... Wenn ich die Kette kaputt schieße. Den Wagen rüberfahren. Jetzt muss der Wagen dann auf die... Was geht denn jetzt schon wieder im Chat ab? Hey, da guckst du einmal nicht auf den Chat. Los, du schaffst das. Ist doch nur... Ein weiteres Hindernis. Was ist denn da los? Moment, 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 Moment. Das will ich jetzt sehen. Äh. Was? Wieso ist er schon wieder? Tico Notenkopf. Nico Notenkopf. No-no-no-no-no-nen-Kopf. Nino Nonenkopf. Lukas, wo bist du? Ich weiß nicht, wo mein Strumpf ist. An deinem Fuß. Mein Nikolaus-Stumpf. Ein... Ein Nikolaus-Stumpf. So abgesägt. Komm her, ich brauch dich. Jeder sollte einen Nikolaus-Stumpf haben. Ich hab ihn nicht. Wie soll mir Niklas was bringen ohne den Strumpf? Ja. Streck doch Schwellen ein. Geht doch bestimmt. Glaub ihm kein Wort. Der Ohrklatscher spricht mit gespaltener Zunge. Nikolaus-Stumpf klingt wie ein deutscher Tennisspieler. Ich hab keine Wolle mehr. Hm. Aber einer, der in der zweiten Runde ausscheit. Warum in der zweiten Runde? Außerdem schreibe ich gerade und spreche nicht. Er spricht mit gespaltenem... Er schreibt mit gespaltenem Finger. Oder so. Gnock. Das war's. Er ist doch. Ich hab' eine Runde gut. Er ist doch. Ich hab' einen Runde. Er ist doch. Er ist doch. Er ist doch. Untertitelung des ZDF, 2020